Der Start, 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's, Schumacher. Der Start, 0 auf 100 in 3 Sekunden. Der Start, 0 auf 100 in 3 Sekunden. Schumacher. 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 Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher, 20 Sekunden in Form. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 mal 80 Sekunden. Und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher. Spannende Musik. Spannende Musik. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.